Hallo und herzlich willkommen hier im Video. Ich bin der Schatz von TryItFit.de und in Folge Nummer 7 auf dem Weg zu meiner DIY Langdistanz geht's ums Essen. Also speziell um die Ernährung während der Langdistanz. Es ist nämlich gar nicht so einfach, die richtige Ernährung zu finden, weil, und da kommen wir später vielleicht noch drauf, es ist ja eine ganz schön lange Zeit, in der man unterwegs ist, um 226 Kilometer zurückzulegen. Also man könnte ja natürlich mit dem Auto fahren, wäre super schön, super schnell. Ich habe es ja ein bisschen anders vor. Es wird hoffentlich schwimmen. Ich weiß noch nicht, wie das mit dem Training momentan so weitergeht. Das Wetter ist wie im Herbst. Hallenbäder haben keine auf und ob Schwimmbäder Ende August noch geöffnet sind, steht ja auch in den Sternen. Aber es sollte schwimmen werden, dann Fahrrad fahren und dann noch ein bisschen laufen. Alles insgesamt 226 Kilometer und natürlich muss ich mir Gedanken machen, wie ich mich auf diesem Weg in dieser Zeit verpflege. Als erstes, weil grundsätzlich ziemlich wichtig bei dem Thema, möchte ich meine allgemeine Ernährung so ein bisschen ansprechen. Ich ernähre mich den Großteil des Jahres eigentlich eher kohlenhydratärmer, also jetzt nicht unbedingt ketogen, also oder vielleicht schon gar nicht ketogen, aber auch nicht unbedingt low carb. Aber es ist schon so, dass ich nicht mit Kohlenhydraten quasi um mich werfe. Das heißt, ich versuche immer die moderat zu halten. Ich trainiere auch relativ oft nüchtern. Ich versuche auch harte Einheiten ohne viele oder auch ganz ohne Kohlenhydrate im Vorfeld zu absolvieren. Ich versuche dann natürlich hinterher, die zu mir zu nehmen. Mach es teilweise auch auf langen Läufen, sodass ich eben am Anfang nichts zu mir nehme und noch nüchtern bin und dann so nach einer Stunde anfange, mich zu verpflegen. Also ich bin nicht ganz so kohlenhydratadaptiert und werde deswegen wahrscheinlich auch nicht so extrem viele Kohlenhydrate zu mir nehmen. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Vorgaben oder Empfehlungen. Das ist natürlich auch immer davon abhängig, wie ambitioniert man ist. Natürlich, wenn man schneller unterwegs ist, der Puls höher ist, dann sind natürlich Kohlenhydrate umso wichtiger. Ich werde wahrscheinlich keine Bestzeit, naja, es wird die Bestzeit über die lange Distanz werden, weil es meine erste ist. Aber ich werde jetzt nicht versuchen, irgendwie eine extreme Zeit aufs Parkett zu legen. Von daher werde ich mich wahrscheinlich eher im moderaten Pulsbereich befinden oder bewegen und werde deswegen auch nicht extrem viele Kohlenhydrate brauchen. Also es gibt ja da schon die Maximalempfehlung, von der ich gelesen habe, sind tatsächlich irgendwie 100, 110 Gramm die Stunde, was extrem viel ist und was man halt auch erst aushalten muss. Also das muss der Magen erst auch mal quasi verdauen oder akzeptieren. Da komme ich auch später nochmal drauf. Es gibt dann so, das kennt vielleicht der ein oder andere Langdistanzathlet, das sollten vielleicht so 90 Gramm sein. Viele schaffen 60 Gramm in der Stunde. Ich habe für mich jetzt mal so ein bisschen durchgerechnet, da komme ich auch gleich noch drauf, dass es ein bisschen weniger sogar sein werden. Das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist, mein Körper ist jetzt nicht so dran gewöhnt und ich werde es jetzt auch in fünf Wochen oder in sechs Wochen nicht mehr schaffen. Will das auch gar nicht. Ich bin ganz froh, wenn mein Fettstoffwechsel super gut funktioniert. Zum anderen, das ist der zweite Punkt, habe ich auch so ein bisschen Kapazitätsproblem, weil ich ja keinen Wettkampf mache. Das heißt, ich habe keine Versorgungsstationen. Ich kann jetzt nicht mir eine extrem volle Gelflasche mitnehmen und dann immer mit Wasser das quasi verdünnen, dass ich an irgendwelchen Versorgungsstationen bekomme. Der dritte quasi begrenzende Faktor ist so ein bisschen, dass ich schon im Vorfeld, dass ich teste jetzt im Training relativ viel, da komme ich auch gleich noch drauf. Ich habe gemerkt, dass so ganz krass kohlenhydratreiche Sachen, also dann auch süß, vom Geschmack her süß und eben voll mit Carbs, dass ich die auf die Dauer auch nicht gut vertrage. Also ich merke da schon nach zwei, drei Stunden, dass es einfach, es schmeckt mir nicht mehr, es kommt nicht gut an. Und ich glaube, wenn ich halt so erschöpft bin nach so einer langen Zeit, dann wird es nur noch schlimmer werden und ich es dann vielleicht halt auch nicht vertragen. Daher ist meine Überlegung aktuell, nicht nur auf Gels zu setzen oder auf so süße, kohlenhydratreiche Ernährung, sondern eben auch auf Alternativen zu setzen. Eine Sache ist, mich vorher gut zu verpflegen. Da habe ich schon gute Erfahrungen gemacht im Training, was ich da nehmen kann. Und dann eben auch vielleicht besonders auf dem Rad, das eine oder andere an fester Nahrung zu mir zu nehmen. Da muss ich aber gucken, weil es halt immer ein bisschen problematisch ist, wenn ich viel Festes esse, dann entzieht der Körper quasi anderen Bereichen Flüssigkeit, um das zu verdauen und im Körper zu verteilen. Das heißt, wenn es jetzt extrem heiß ist, habe ich damit dann wieder ein Problem, wenn ich zu wenig Wasser habe. Es ist tatsächlich irgendwie so ein Katastrophenmanagement, so kommt es momentan jedenfalls noch vor, an welcher eine Ecke was dazu tue, dann fehlt es an der anderen. Die Überlegung ist aber, dass ich mir halt irgendwas Hochkalorisches, Festes mitnehme, weil ich einfach da bessere Kapazitäten habe. Aber wenn ich zum Beispiel ein Radtrikot über den Einteiler anziehe, um da einfach mehr Platz zu haben, um Sachen mitzunehmen. Ich habe ja jetzt auch keinen technischen Support auf der Strecke, wenn ich da alleine unterwegs bin. Das heißt, ich sollte vielleicht auch Flickzeug dabei haben. Dann macht es einfach Sinn, was Festes mitzunehmen und das irgendwo zu verstauen, um dann da noch ein bisschen mehr reinzunehmen. Auch wenn mir dann vielleicht auf dem Rad so ein bisschen die Flüssigkeit fehlt, ich habe dann wahrscheinlich den Vorteil, dass über die Wechselzone, die zu Hause dann in der eigenen Küche wahrscheinlich stattfindet, oder dann auf dem Laufen vielleicht wieder ein bisschen auszugleichen. Also da muss ich noch ein bisschen testen und ein bisschen überlegen, wie die Strecke liegt, wie ich laufen werde, wie oft ich da vielleicht verpflegt werden kann. Weil dann kann man das, was auf dem Rad vielleicht fehlt, beim Laufen nochmal nachholen. Ich werde da auch wahrscheinlich mit einem Trinkrucksack laufen, wo ich vorne zwei Flaschen reintun kann und habe dann darüber wieder Flüssignahrung. Und ja, das ist so ein bisschen die Vorstellung, die ich gerade habe. Ich habe das einmal so ein bisschen durchgerechnet. Also ich gehe davon aus, dass ich so 40 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde vertragen werde. Das ist natürlich niedrig und ich muss auch gucken, ich habe mir jetzt quasi so ein Probier-Set bestellt mit ganz verschiedenen Elektrolyt-Getränken. Ich habe auch ein, zwei Gels im Blick, die ich vielleicht mit Flüssigkeit verdünne und dann so nehme. Ich kann fünf Flaschen auf dem Rad mitnehmen und dann ist aber echt voll. Dann habe ich keinen Platz mehr für nix. Das wären aber, wenn ich dann in jeder Flasche quasi 40 Gramm Kohlenhydrate drin hätte. Ob jetzt mit Pulver oder mit verdünntem Gel, ist ja mal egal. Aber wenn ich da 40 Gramm drin habe, dann wären das quasi 40 Gramm vor fünf Stunden. Ich gehe nicht davon aus, dass ich die 180 Kilometer in fünf Stunden schaffe. Vielleicht kann ich in ein, zwei Flaschen noch ein bisschen mehr tun. Also ich rechne mal so mit, da kann ich vielleicht auch auf die Gesamtrechnung eingehen. Ich rechne insgesamt mit ungefähr 14 Stunden mit Wechselzeiten und Pausen. Also wenn ich unter 14 Stunden bleibe, ist für mich top. Es kann auch sein, dass es schneller geht. Da muss ich einfach mal schauen, wie die Strecke ist, wie die Bedingungen sind und so weiter. Aber mit 14 Stunden und, sagen wir mal, einem Gel, der Menge eines Gels. Ich habe Gug-Gels gerade mir nochmal angeschaut. Die hatte ich bei Marathon-Vorbereitung auch schon. Die habe ich sehr gut vertragen. Die schmecken gut. Da gibt es auch quasi so Ultra-Gels, da sind auch Aminosäuren mit drin und Salze. Das heißt, das wäre ganz praktisch. Wenn ich aber davon, also versuche, auf diese 40 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde zu kommen, dann brauche ich 28 Gels. Und ich weiß nicht, ob ich 28 Gels vertrage. Das ist jetzt die Theorie, anderthalb Stunden schwimmen. Da werde ich nicht so viel zu mir nehmen können, aber da habe ich dann im Vorfeld vielleicht schon was. Dann Fahrradfahren, würde ich mal sagen, sieben Stunden habe ich so im Blick. Wenn es schneller geht, wunderbar. Aber ich kalkuliere lieber mit mehr als umgekehrt. Das wären 14 Gels. Damit komme ich mit meinen 5 Flaschen nicht ganz so hin. Jedenfalls mit der Wassermenge zum Verdünnen nicht. Aber das wäre machbar. Und dann hätte ich halt noch quasi den Marathon, wo ich von der Zeit her, rechne mal mit 5 Stunden, das ist auch sehr pessimistisch gerechnet. Das kann ich schneller. Ich weiß noch nicht, ob ich es an dem Tag kann. Und das wären dann halt nochmal 10 Gels. Also dann brüchte ich auch nochmal quasi pro Stunde 2 Gels und 500 Liter Wasser. Macht 2,5 Liter Wasser und eben die 10 Gels. Ich kann 1 Liter in der Weste oder in dem Rucksack, den ich im Blick habe, mitnehmen. Ich will es nicht in einer Trinkblase mitnehmen, da kann ich nicht mitlaufen, das finde ich sehr unangenehm. Und da kann ich wahrscheinlich auch die Trinkblase hinterher wegwerfen, obwohl das jetzt nicht so das Wilde wäre. Ja, das ist so ein bisschen die Rechnung. Das heißt, 1,5 Stunden schwimmen ohne was, dann 7 Stunden Radfahren mit 14 Gels und 5 Stunden Laufen mit 10 Gels. Das äquivalent möchte ich gerade aber vom Laufen das auch ein bisschen vielleicht ergänzen, damit mir die zwei Flaschen verdünnt reichen. Und da komme ich jetzt eigentlich dann zu den Sachen, die ich jetzt schon getestet habe und die ich eben auch vertragen habe. Ja, also was ich schon versucht habe und wo ich auch so ziemlich genau weiß, dass es gut oder schlecht ist, sind Müsli-Riegel. Also jetzt keine Corny-Müsli-Riegel, sondern es gibt, ich weiß die Marke nicht genau, das sind Müsli-Riegel mit, gibt es mittlerweile von ganz vielen, Müsli-Riegel mit Protein. Es sind eher Nussriegel, es sind weniger Haferflocken und so Zeug drin, es sind mehr Nüsse drin, also eher fettlastig mit Protein. Die habe ich probiert, die schmecken mir sehr gut, die bringen auch gut Energie. Ich habe nur gemerkt, wenn ich sie auf dem Fahrrad zu mir nehme, dann erstmal, wenn ich sie gegessen habe, muss ich mit viel Wasser runterspülen, weil es sowieso gut ist für die Verdauung. Aber es ist nun mal zusätzlich Aufwand. Die andere Sache ist, dass es so ungefähr nach 20 Minuten, nach einer halben Stunde sich diese Riegel wieder melden und dann kratzt im Hals. Also es ist dann immer so das Gefühl, als würde mir da noch so ein Stückchen im Hals stecken und das ist echt unangenehm. Und deswegen habe ich die Riegel dann irgendwann ausgeschlossen, auch wenn sie lecker schmecken und ich die gut vertrage. Das macht halt keinen Sinn. Genervt bin ich dann schon wegen anderen Dingen, dann brauche ich nicht noch irgendwie extra sowas. Dann habe ich lange Zeit vor allen Dingen beim Laufen Milchbärchen probiert von Haribo. Die sind wesentlich günstiger als irgendwelche Energiebärchen von sonst einem Hersteller und die schmecken mir auch ganz gut. Allerdings schmecken sie mir halt nur so bis zum fünften und danach wird es ein bisschen schwer. Ich habe das auf langen Läufen auch gemerkt, wenn ich mehr davon gegessen habe, dann irgendwann schmecken sie nicht mehr. Sie schmecken mir nicht mehr, vielleicht verlieren sie auch ihren Geschmack in meinem Rucksack, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war dann irgendwann ein Punkt erreicht und das meistens schon so nach zwei Stunden, dass ich da einfach keine Lust mehr drauf hatte. Das heißt, das ist auch keine Option, das den ganzen Tag zu mir zu nehmen. Habe ich rausgestrichen, funktioniert auch nicht. Dann habe ich für unseren großen Geltest, den ich vor zwei Jahren mal gemacht habe, unzählige Gels getestet. Bin dann bei Gu hängen geblieben, die waren ziemlich gut. Es gab auch noch so ein paar andere, die geschmacklos waren, also geschmacksneutral, nicht süß. Die fand ich auch ganz gut. Da werde ich, wie gesagt, diese Gugels sicher auch nochmal testen, weil ich die vom Geschmack her gut vertragen habe. Ich weiß nicht, wie viel ich davon nehmen kann, sicher keine 28. Sicher auch, ja, die Hälfte wäre mir schon zu viel. Da muss ich auf jeden Fall mal gucken. Dann habe ich auch selber schon gemixt und da habe ich mir auch überlegt, ob ich nicht noch irgendwie was zusätzlich mixe, ob ich da nicht mal gucke, ob ich irgendwas finde. Und meine Versuche sind bis zu Wasser mit Aminosäurenpulver, Honig und Salz gekommen. Das ist eine gute Mischung. Das sind nicht ganz so viele Kohlenhydrate. Dafür ist es aber auch nicht ganz so süß. Ich kann natürlich mehr Honig reintun, aber dann hört es auch schon wieder auf, mir zu schmecken. Von daher, ich habe so ein bisschen in Richtung Banane gedacht, weil ich bei einem letzten Lauf so diese Kinderquetschtütchen probiert habe. Das war irgendwie Banane, Pflaume oder so irgendwas. War die Tüte mit den meisten Kalorien beim DM. Die habe ich einfach mal mitgenommen. Fand ich gut. Könnte ich vielleicht selber machen, könnte ich dann auch nochmal ergänzen. Da muss ich auch nochmal gucken. Es muss halt so klein püriert werden, dass es mir dann in den Mehrwegflaschen nicht im Verschluss stecken bleibt. Weil das ist mir einmal schon passiert, jetzt nicht im Wettkampf, aber das ist fatal, wenn dann nichts mehr rauskommt. Selbst gebacken habe ich auch schon Nussriegel. Ich habe mal im Internet so ein Low-Carb-Nussriegel-Rezept gesucht. Habe ein bisschen mehr Kohlenhydrate zugefügt. Die sind super. Die schmecken gut. Die bröseln nicht. Die kann ich auch gut mitnehmen. Die sind tatsächlich hart genug geworden für langere Strecken. Weil manchmal sind die ja so brüchig, dass man die einfach nicht mitnehmen kann oder man kann gleich die in Bröseln essen. Die, die ich gemalt habe, sind gut. Ich weiß nur nicht, ob sie so gut verträglich sind, ob es schnell ankommt. Weil es ist dann doch durch die Fette nicht so schnell zu verdauen. Muss ich mal gucken. Das teste ich vielleicht auch nochmal. Da habe ich noch ein paar im Kühlschrank. Gucke ich mal, wie sich das verhält. Zwei Dinge habe ich getestet. Die haben auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Das wäre zum einen, also das erste, sind Schokoriegel. Die habe ich Andi Böcherer zu verdanken. Der postet in seiner Story hin und wieder mal von Schokoriegeln, die er so isst vor dem Training. Und die habe ich mir auch gekauft. Ich fand das super. Das ist eigentlich Schokolade mit hohem Kakaoanteil, Mandeln und Salz. Habe ich natürlich dann mir gekauft, probiert. Fand ich lecker, fand ich zu teuer. Habe ich dann selber gemacht. Einfach Schokolade eingeschmolzen, Mandeln dazu. Kann man auch Mandelstückchen dazu tun. Und dann eben grobkörniges Salz. Fand ich extrem gut. Und ich hatte eben einmal 20 Kilometer Lauf. Da habe ich vorher ein so ein Riegel gegessen. Wir haben so quasi wie so eine Backform für Riegel. Da habe ich einfach die Schokolade reingegossen mit den Zutaten drin und habe es da abkühlen lassen. Habe ich vor einem 20 Kilometer Lauf eins einen gegessen. Und der Lauf war extrem gut. Also es war vielleicht ein guter Tag auch, aber die Ernährung habe ich echt gut vertragen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das wird die Wahl sein, morgens fürs Frühstück. Ist nicht so ganz das mit Toastbrot und Marmelade, wie es andere immer propagieren. Aber mir schmeckt super und es kommt einfach auch gut an. Dann der letzte Punkt. Das haben wir bei der letzten Radausfahrt festgestellt oder ich für mich. Wir waren unterwegs viel länger als eigentlich gedacht. Und dann haben wir uns bei einem Bäcker noch schnell Brezeln geholt. Und die waren richtig gut. Also das hat richtig gut getan. Das war so gegessen und richtig gemerkt. Da kommt genau das an, was ich gerade brauche. Das heißt, ich versuche für die Laufstrecke auf jeden Fall irgendein Laugengebäck zu bekommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Brötchen, vielleicht Laugenschlange, vielleicht backe ich mir auch selber was. Also Salzstangen werde ich nicht machen, weil die brechen mir ab, bevor ich den Mund habe. Das ist auch viel zu klein und viel zu dünn. Es gibt auch so ein bisschen dickere. Weiß ich noch nicht so genau. Muss ich gucken. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Vertrage ich gut. Bringt ja auch Salz und Energie. Und schmeckt mir einfach auch. Also das ist, glaube ich, auch so ein Grund. Das schmeckt mir einfach auch. Natürlich habe ich auch über Tuckkekse auf der Laufstrecke nachgedacht. Die schmecken auch. Ich weiß nicht, wie sie dann schmecken. Aber so grundsätzlich finde ich die auch ganz gut. Und es ist viel Salz dabei. Ja, das sind so meine Erfahrungsberichte bis jetzt. Das habe ich getestet. Ich habe in Mitteldistanzen auch schon tatsächlich richtig fetthaltiges Zeug gegessen. Ich habe so quasi Landjäger, so getrocknete Wurst mit dabei gehabt. Fand ich auch super gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es meiner Leistung geschadet hat. Ich war mit dem Wettkampf ganz zufrieden. Ich kam für meine Verhältnisse ziemlich schnell voran. Kann mich also nicht beschweren. Vielleicht werde ich das auch noch ergänzen, dass ich eben die Kohlenhydrate auf der einen Seite habe und Fette auf der anderen Seite über Nüsse. Studentenfutter ist da noch eine Option. Wobei man dafür immer stehen bleiben muss. Weil ich habe das schon mal versucht, das Satüte zu essen beim Laufen. Und das landet halt überall wenig im Mund. Vielleicht gucke ich auch mal, dass ich das noch ein bisschen klein kriege. Und es gibt ja auch so Energiebällchen. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch viel vor. Ideen sind genug da. Ich brauche noch ein paar Trainingseinheiten, um das dann auch testen zu können. Aber wir werden sehen, wo das doch hinführt. Also wenn ich etwas Spannendes finde, mache ich auf jeden Fall noch mal eine Folge hier. Da jetzt am Ende des Videos natürlich eine sinnvolle Aufforderung. Wenn du da schon ein Stück weiter bist, wenn du schon 2, 3, 5 Langdistanzen gemacht hast oder auch sonst sehr genau weißt, was an Ernährung für dich funktioniert und was nicht, schreib mir einen Kommentar. Ich freue mich über jeden Hinweis. Ich bin offen für alles. Ich teste gerne alles durch. Ja, und freue mich, wenn ich darüber vielleicht nochmal so einen kleinen Tipp bekomme, der meine Langdistanz erträglicher macht oder mich schneller oder vielleicht auch meinen Magen mehr schont. Also, ich wäre dir super dankbar über weitere Tipps und bin dann am Ende. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, dich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.